Toll, Audi. Dreh doch mal gegen. Verstehst du? Eiben, Türen, Eiben. Nee, mach mal kürzer. Nicht jeden Knopf einzeln benennen. Das wirkt zu lang. Das ist zu langatmig. Ich hab jetzt schon die Lust verloren. Willkommen beim Q-Check. Und heute habe ich hier was ganz Besonderes. Das letzte Mal hatte ich ja ein etwas günstigeres Fahrzeug heute. Genau das Gegenteil. 120.000 Euro teuer. Audis Flaggschiff, der e-tron GT bei mir im Q-Check. Und das Ergebnis, das sehen wir uns jetzt mal an. So, und wir fangen an. Und ich gebe ganz ehrlich zu. Bei so einem Audi e-tron, bei so einem Auto, da gucke ich gerne mal zweimal hin und noch ein bisschen genauer. Und auch diesen Punkt, den sieht man auf dem ersten Eindruck eigentlich gar nicht. Das ist der Spaltverlauf der Motorhaube auf nur tatsächlich in Fahrtrichtung linken Seite. Rechts ist gut. Fängt hier oben an mit 3,5, die hier easy oben reingehen. Die gehen dann hier gar nicht mehr rein. Hier muss ich dann den 2,5 annehmen. So, der geht dann hier rein. Und das ist ein Millimeter Abweichung. Und nach meiner Fassung dann schon eine Kategorie 2. So, für den nächsten Punkt möchte ich nochmal eben, am besten geht das Klemmbrennen dafür weg, euch das Thema schuppiger Aufbau erklären. Das heißt, die Bauteile zueinander bauen schuppig auf. Das eine ist immer unter dem anderen Bauteil. Das führt dazu, dass man hier eben keine Windgeräusche erzeugt und hinten und so weiter. Und auch der Dreck bei Spritzwasser sich hier nicht sammelt. Das heißt, die Tür sollte etwas unter dieser Tür stehen. So wie die Tür etwas unter dem Vordergrundflüge stehen soll. Das tut sie. Hier aber schon nicht mehr. Und das kann man ganz gut mit so einer Karte sich ansehen. Die hält man nämlich dann hier ran, an das eine Blechteil. Dann sieht man, dass das schon übersteht. Und hier kriege ich 0,6 rein. Das heißt, eigentlich sollte es im besten Falle 0 sein oder im Minus stehen, die hintere Tür. Sie steht im Plus 0,6 Millimeter, ist noch unter einem Millimeter, aber trotzdem FK3. So, der nächste Punkt, den haben wir im Bereich der E-Linie. Die E-Linie, das ist nichts anderes als die Zierleiste oben im Dachbereich von den Türen zum Beispiel. Die Scheiben sind rahmenlos, haben aber trotzdem natürlich eine Zierleiste hier oben drauf. Und die über der Tür und die über dem Spiegeldreik. Die haben hier einen sogenannten Stoß. Und der ist zueinander verkippt. Ich zeige euch das mal eben. Im Prinzip müsst ihr euch überlegen, die sind so zueinander verdreht. Bei einem 30.000 Euro Auto hätte ich dazu jetzt nichts gesagt. Aber wir haben hier einen 120.000 Euro Audi e-tron GT. Und da finde ich, ist so ein Thema hier bei einer rahmenlosen Scheibe. Das heißt, die bewegt sich ja nicht mit die Zierleiste. Ist ein Punkt, das geht nicht. Sorry. Nicht das, was ich erwarte. So, den nächsten Punkt, den haben wir hier im Bereich der Rückleuchte. Die hat hier unten natürlich einfach einen Spalt. Sogenannte Spacer sorgen im Prinzip dafür, dass die immer einen Abstand hat zum Blech, damit es da aufgrund von Reibung, die bewegt sich natürlich aufgrund der Karosseriebewegung, nicht zu Korrosion kommt. So, das sieht man hier vorne. Nur hier passen 1,1 Millimeter gut rein. Bleiben hier hängen. Und dann habe ich mal geguckt, okay, was geht da noch rein? Bin mit 0,2 reingegangen und bleib mit 0,2 hier hängen. Habe gesagt, na, die liegt doch nicht etwa an. Bin mit 0,1 da rein. Und siehe da, ich kann 0,1 durchziehen. Ist aber eine Diskrepanz von hier bis da vorne von 1 Millimeter und deswegen FK2. Korrosion wird es da nicht geben, aber der Spaltverlauf ist deutlich ungleichmäßig auf dem kurzen Stück hier. Das waren auch schon die ganzen Fehler aus dem Außenbereich. Sonst alles wirklich tippitoppi. Kommen wir jetzt zu den Themen im Innenraum, die mir aufgefallen sind. Ist nicht viel, ist aber eine Kleinigkeit auch zu finden hier. Und der Fahrer, der guckt zum Beispiel jedes Mal auf diese Ecke von der Lüftungsdüse zur I-Tafel hier. Und hier macht wie so ein kleines Maul auf. Im oberen Bereich haben wir 0,1 bis tatsächlich Stoß. Also wenn man hier so die Fühlerlehr reingeht, dann bleibt sich hier auch hängen, was im Innenraum völlig okay ist, weil es Plastik und Plastik ist. Aber hier unten, genau da, wo ich dieses Maul sehe, da passen 1,5 Millimeter rein. Und da gucken Fahrer jedes Mal drauf, wenn er einsteigt. Mich wird es stören. Und übrigens, so ein paar Konzeptpunkte, die zum Beispiel auch gerade die Tür hier angeht, die gucken wir uns im Nachgang an. Ich mache aber erstmal alle Fehler fertig, bevor wir darauf zu sprechen kommen. Autos und ihre Türgummis. Bisher habe ich ja immer gesagt, das ist so ein Tesla-Thema. Aber ich entdecke immer mehr Elektroautos, auch die ich prüfe, die genau das gleiche Thema haben. Es geht um die innenliegende Gummidichtung. Und egal ob Dacia oder Audi, alle haben irgendwo ein kleines Thema. Und beim Audi ist das Thema sogar ein bisschen größer, weil hier ist richtig viel richtig doll eingekrempelt. Das zeige ich euch mal eben. Und dann kann ich euch mal eben zeigen, wie schnell man das beheben kann. So, jetzt drücke ich das mal eben hier raus, dann zieht man das hier jetzt ein bisschen raus. So, und dann ein bisschen drüber streicheln. So, ja, das formt sich dann jetzt irgendwann wieder hin und dann war es das. Was ich mich frage an der Stelle ist, warum man in der Endkontrolle im Werk, aber spätestens bei der Übergabe im Autohaus bei einem 120.000 Euro Auto so einen großen Punkt nicht findet, der so leicht zu beheben ist. Da fehlt mir das volle Verständnis, sorry, nicht gut. Gut, der finale letzte Punkt, der befindet sich im Kofferraum. Und zwar haben wir hier auch wieder ein umlaufendes Gummi. Auch der Taikan hatte hier eine kleine Tasche. Was der e-Tron aber hat, das ist keine Tasche mehr, das möchte ich hier als einen kleinen Hügel nennen. Und zwar ist hier tatsächlich so ein richtiger Delle drin. Und man könnte schon fast meinen, das muss so sein, weil vielleicht das Blech da anders geformt ist. Aber wenn man sich das von unten anguckt, sieht man, dass es im Montageprozess nicht richtig angerollt wurde. In dem Montageprozess hat man hier eine Rolle, damit geht man über das Gummi, die übt einen bestimmten Druck aus und dadurch wird der Kleber aktiviert. Und das wurde hier nicht richtig ausgeführt und das sieht man recht gut leider. So, und das waren sie schon, die Fehlerpunkte. Und bevor wir zur Auswertung, zur Finalen kommen, möchte ich mit euch noch so ein bisschen über Themen wie Haptik, Bedienbarkeit, Konzeption des Fahrzeuges sprechen. Und der Kofferraumdeckel ist gerade noch auf. Das eine ist, ich kann zwar den Fuß unterwischen lassen, damit der Deckel aufgeht, er geht damit aber nicht wieder zu. Ein nächster Punkt ist, hier hinten ist ein Netz. So ein Netz ist eigentlich immer ganz gut, aber hey, das Netz ist so klein, was soll das halten? Was soll in diesem Netz aufbewahrt werden? Also das habe ich mich tatsächlich gefragt, außer Ladekarten, was überhaupt keinen Sinn machen würde, fällt mir da nicht viel ein. Eigentlich ist ein großer Vorteil an Elektroautos, die auf Elektroplattformen basieren, dass der Innenraum maximal ausgenutzt werden kann und somit das Konzept des Platzangebotes auch ausgereizt werden kann. Nicht so im e-tron GT. Der hat nämlich einen riesigen Mitteltunnel und ich habe wirklich keine Ahnung, warum er ihn hat, weil eine Kardanwelle wird dort nicht versteckt sein und auch nicht wie beim Polestar 2 zum Beispiel Akkus. Von daher würde mich mal interessieren, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, warum da noch so viel Mitteltunnel vorhanden ist. Ein anderes Thema ist, er hat unter den Vordersitzen hat er Lüftungsgitter. Also eigentlich genau an der Stelle, wo für hintere Passagiere die Füße abgestellt werden. Auch hier würde mich mal interessieren, was sich dahinter verbirgt, ob es vielleicht zum Thema Heizung, Batterie, Entlüftung, Lüftung, Kühlung oder so weiter genutzt wird. Ich weiß es tatsächlich nicht. Gerne in die Kommentare. So, als Fahrer eines e-tron GT hat man Audi typisch schon fast jede Menge Knöpfe hier bei sich, unter anderem hier unten in der Tür, den Taster zum Öffnen des Kofferraums. Aber, und ich habe wirklich gesucht und ich war auch im Menü drin, wo zum Teufel hat Audi den Öffner für den Frank, für den vorderen Kofferraum versteckt? Und ich habe wirklich viel gesucht und jetzt zeige ich euch, wo er sich befindet. So, ich könnte euch das jetzt mal eben so zeigen. Hier ist ein Taster, da, auf der Höhe. Wenn ich jetzt aussteige, müsste ich ihn blind erfüllen. Dann ist er auf der richtigen Höhe. Wenn ich jetzt aber aussteige, um diesen Taster zu betätigen, da muss ich mich schon überbücken, um mich zu betätigen, um dann vorne den Frank zu öffnen. Was macht dieser Knopf hier? Ich verstehe es nicht. Warum macht man ihn denn nicht da, wo der andere ist, hin? Hä? Ich, keine Ahnung. So, und wenn er schon mal offen ist, können wir uns das mal eben auch angucken. Übrigens, voll lackiert, inklusive Klarlack, das sieht man tatsächlich selten. Es ist ein reines Elektrofahrzeug, deswegen gibt es hier zum Beispiel keine Motordämmmatte. Also das hat eigentlich keinen Sinn. Ich wollte euch ja mal eben zeigen, woran man sieht, dass das Auto eigentlich ein Porsche ist. Und da haben wir hier das Original Porsche Bordwerkzeug. So, und jetzt stelle ich euch mal die Frage, wenn man schon so einen Aufwand betreibt und inklusive Klarlack die Haube von innen lackiert, hätte man als Audi-Besitzer dann vielleicht gerne auch so einen kleinen Plastikbehälter, wo Audi draufsteht? Oder ist Porsche völlig okay an der Stelle? Schreibt es mal in die Kommentare. So, nächstes Thema ist, auch hier wieder mit dem Verweis auf 120.000 Euro. Ja, es ist ein nicht natürlicher Sichtbereich, außer der Sitz ist so weit zurück, gerade wie jetzt hier. Das ist der Unterbereich der B-Säule hier und das ist wirklich stumpf Hartplastik. Und ihr seht das hier auch schon, dass dort auch schon Kratzer sind. Das ist leider typisch für Hartplastik. Das zerkratzt sehr, sehr schnell und ja, das erwarte ich eigentlich nicht in solch einem Fahrzeug. Das ist tatsächlich von der Qualität nicht viel besser als zum Beispiel das Hartplastik in einem ID.3 oder in einem Mini Cooper. Es hat ein bisschen mehr Niveau als im Dacia. So, ein weiteres Konzeptthema, das hat der Porsche Taycan ganz genauso. Das befindet sich hier unter der Armablage im Handschuhfach hier, ich fast gesagt, also in diesem Mittelarmfach, wo da die Lademöglichkeit für euer Handy ist, induktiv. Und tatsächlich klappt das nicht induktiv mit zum Beispiel einem iPhone 12. Ein iPhone 12 hat ja eine andere Ladefunktion im Prinzip, induktiv, also ist der gleiche Standard. Der funktioniert aber nicht hier. Er fängt an zu laden, wird tierisch warm und nach spätestens fünf Minuten hört er auf zu laden und ihr kommt irgendwann an, euer Handy ist leer. Das geht beim Taycan nicht, beim e-tron GT nicht und da frage ich mich ganz ernsthaft, warum achtet man bei der Entwicklung nicht, dass auch Premium-Handys in der Lage sind, hier mitzuladen. Ein letztes konzeptionelles Thema, das finde ich, muss ich ganz kurz erwähnen über das Laser-LED-Licht von Audi. Vom Konzept her mag das total gut sein, im Gegensatz zum Beispiel zum Matrix-LED-Licht vom ID.3. Aber ich habe gemerkt, gerade auf Autobahnfahrten und so weiter, ist es nicht wirklich gut in der Lage, zum Beispiel den Gegenverkehr auszublenden oder rechtzeitig abzublenden, sodass der Gegenverkehr ständig aufgefunzelt hat und mich daran erinnert hat, schalt mal bitte das Fernlicht aus. Auf der Autobahn ganz extrem. Hatte ich zum Beispiel mit dem Porsche nicht, der ein anderes Licht hat und mit meinem ID.3 kenne ich das auch nicht. Insofern, die Lichtausbeute ist gut, aber gerade das Entblenden des Gegenverkehrs bei Fernlicht klappt leider mit dem Laser-LED nicht. Und das waren eigentlich schon die Punkte konzeptionell, die ich nochmal erwähnen wollte zum Audi, die mir aufgefallen sind, jetzt seit ich ihn so ein paar Tage zum Fahren bekommen habe. Aber wir sind in erster Linie hier zum Coo-Check. Und das Ergebnis, das gucken wir uns jetzt an. In Summe hatte der Audi nämlich viermal die Kategorie 2, das sind 20 Punkte, und dreimal die Kategorie 3 sind 3 Punkte, 23 Punkte. Und somit landet er tatsächlich etwas hinter dem Porsche Taycan, der nur 17 Punkte hatte, in der Tabelle etwas weiter hinten. Und naja, ich hätte tatsächlich für ein Premium-Fahrzeug im Wert von 120.000 Euro mir ein deutlich besseres Ergebnis gewünscht, erhofft, erwartet. In diesem Sinne, vielen Dank euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier, wenn es wieder heiß ist, Coo-Check Punch Funk. Ciao! Vom Prinzip her ist die Idee ja wirklich toll. Scheiße, das Licht ausgegangen. Lauf, Forrest! Lauf, Forrest! Alter, du drehst ja! Blöd, Mann! Oh, warum schmeckt der so nachfüllen? Äh, der läuft. Ich weiß. Okay. So, läuft! Das sind wir wieder, hallo!